Das ist das erste Mal, aber ich weiß das, dass es wäre... Die stärkste Mannschaft vom ganzen Turnier, Schatz! Überleg dir das mal! Keine Ahnung! Vom ganzen Turnier die stärkste Mannschaft bis jetzt! Und die kriegen noch einen auf die Sackle! Weisst du wie viel Menü? Tore schiessen wir in Basel! Und jetzt? Alex war ja tot der Torschütze! Weisst du wie viel Menü schiessen wir in Basel? Weisst du?